Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Banishers Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge habe ich hier aufgehört zu zocken, beziehungsweise war gezwungen aufzuhören, da wir eine Lieferung hier ins Haus bekommen haben. Und da musste ich mich drum kümmern. Ich war gerade so ein bisschen am Ausholen, dass die Story mich jetzt schon massiv gepackt hat. Also mit dem neuen Pakt, dann mit der Hexe da, mit dieser Siridin, mit ihrem, na da fällt mir gerade ein, dort sollten wir vielleicht nochmal hingehen. Mit ihrer, was ist denn das jetzt schon wieder? Muss man das immer wieder machen, oder was? Och nö, Leute, oder? Das ist ja, das ist ein bisschen nervig, wenn das so wäre. Ist das so? Äh, falscher Button. Jetzt muss ich gerade gucken, was hier abgeht. Ganz kurzer Moment. So, das Ding da, ne irgendwie geht hier gerade gar nichts. Warum ist das zu? Warum war das zu? Was geht denn hier ab? Lauf ich falsch? Kann auch sein, dass wir von hier kamen. Ich gehe einfach mal in irgendwelche Richtungen. Ja, genau, wir kamen von da. Alles klaro. Ja, und, ähm... Ich glaube, hier konnte ich das dann lösen, oder was, ne? War das denn hier? Also mit dem neuen Skill, den wir bekommen haben, dann mit diesem komischen Feeder, das da aufgetaucht ist, von wegen, äh, ja, du bist zu spät und dann mit der Uhrzeit und dann, äh, Sika soll uns suchen und alles, ähm, wird wieder so wie es war oder sowas in der Art und keine Ahnung. Also es, es wurden so viele Dinge angedeutet, die ich jetzt noch nicht ganz genau verarbeiten kann, aber was wahrscheinlich dann bald der Fall sein wird. So, hier haben wir wahrscheinlich das Rätsel, was hier zu lösen ist, genau, um dann hier rauszukommen. Einmal müssen wir, wo ballern? Keiner, hier ballern wahrscheinlich? Ne, wahrscheinlich sogar auf der anderen Seite. Ich schaue mir das mal an. So, einmal hier auf jeden Fall. Bumm. Ja, und dann nochmal auf der anderen Seite oder so. Oder? Oder hier, genau. Okay. Tolle Zusammenarbeit. Doch, es geht noch von der Zeit. Schon möglich, ne? So, gut, jetzt haben wir hier so einen Shortcut freigeschaltet. Also es sollte jetzt runter ins Lager führen, ne? Klar. Genau, dort, wo wir herkamen. Und was war da oben links jetzt eventuell, wo die Pflanze dann was auch immer verdeckt hat? Oder hat sie da gar nichts verdeckt? Nö. Es geht nur darum, den Shortcut freizuschalten, was ich wahrscheinlich hätte schon längst tun sollen. Gut, egal. Warum das andere Teil mir da nie gelingt, hier links, keine Ahnung. Check ich nicht. Ich könnte es ja gerne wieder versuchen. Mal gucken, ob Seeker jetzt hier im Gebäude ist und Dinge verkäuft und jetzt wieder ansprechbar ist und so. Und wie wir generell weitermachen. Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, wie ihr vielleicht merkt. Ich habe jetzt einfach mal so on the fly gestartet. Wollte jetzt einfach mal mit euch da so reinzocken und mal gucken, was abgeht. So, Seeker, bist du jetzt da? Und eventuell auch ihr Loot. Das wäre echt saubitter. Weil, soweit ich weiß, gibt es einen Erfolg, von wegen man soll alles bekommen. Also aller Ausrüstungsgegenstände. Und es kann sein, dass man Sachen eventuell Doppel-Loot-Chance hat an verschiedenen Stellen, die man auch beim Händler halt kaufen kann. Das kann ich jetzt halt nicht genau sagen. Und die andere Geschichte war halt die, dass vielleicht der Loot, der dort war. Es gab ja beim Boss zwei Sachen als Loot hier. Irgend so ein Armband. Ja, das würde ich ja gar nicht machen. Es funktioniert halt einfach nicht. Ich kriege es nicht geregelt. Oh. Okay. Vielleicht auch deshalb nicht geregelt. Hm. Gibt es da vielleicht eine andere Reihenfolge oder was? So, einmal Dada. Das ist rot. Dann war Dada hinten. Kaputt. Und das da oben kriege ich nicht mehr, ne? Oh, das ist ja mies. Wie soll denn das klappen? Und dann ist die Frage, kann ich da noch rüberjumpen oder sowas? Boah, ist das kacke, oder? Wo stelle ich mich denn da am besten hin? Ich glaube, das ist hier so ein bisschen das Ding. Also am besten hier. Dann kann ich hier ballern und dann hier ballern, ne? Wie gesagt, vielleicht dann noch mit einem besseren Skill. Wer weiß. So, hier, er visiert das schon immer konsequent an. So ist es jetzt nicht. Aber ich brauche viel zu lange. Ja, ich brauche zu lange. Nach wie vor. Ich brauche da wahrscheinlich ein Skill. Also manchmal muss man dann drei Dinger da wegballern. Es könnte sein, dass das hier jetzt hochwertvoll ist. Und da haben wir hier irgendwie vor uns ein Altar oder sowas. Ah, da komme ich dann hin. Okay, also kann ich das Altar freischalten. Laber, laber, rababer. Bringt uns das, was ich hier gerade mache, weiter? So, also das Schlingenefeu. Ein schweres Hindernis. Altar des Totenreichs. Dann haben wir hier ein Spektralnetz, wo noch nichts geht. Ne. Gut, komm. Dann hauen wir ab. Dann überlege ich mir jetzt was anderes. Wahrscheinlich mache ich jetzt einfach storytechnisch weiter, oder? Bis wir wirklich auch zum Beispiel hier das Spektralnetz wegmachen können. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Wir machen einfach mal in der Story weiter. Dafür war die Story auch zu gut. Und jetzt bin ich auch ein bisschen drin und so. Genau. Unser neuer Shortcut. Und alles, was wir bis dorthin finden, kann ich dann ja lösen. Als jetzt wieder ein Backtracking-Move zu machen, weiß ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. So, also, Fort Cherico. Wie gesagt, schreibt da gerne mal in die Kommentare, wenn ihr zuerst zum Fort Cherico gegangen seid. Ob das Spiel dann generell zu euch sagt, ja, okay, dreht um oder sowas. Oder wie das dann abläuft. Hier können wir schon mal reingucken. So, der neue Skillbaum jetzt hier. Jetzt gucke ich mir den mal genauer an. Also, wir haben hier Einfangen als neuer Skill. Jene Manifestation von Antea erhöht den Schaden von Anteas Manifestationen um 15%. Wow, 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 das ist krass. Die Größe des Wirkungsbereichs von Spektral-Explosion wird erhöht. Kann dann weiter erhöht werden über einen anderen, hier über, ja, ein weiteres Item, ne. Kennen wir ja schon, das Armband oder was das war. Angriffe, die auf eine erfolgreiche Parade folgen, verursachen mehr Schaden oder physischen Schaden. Ja, oder Repost halt, läuterndes Gebräu. Wenn im Kampf ein Sud eingenommen wird, hinterlässt, äh, oh, dies einen Wirkungsbereich, der verbannen Schaden zufügt, aber du erhältst 25% weniger Lebenspunkte. Du erleidest 5% weniger Schaden für jede Manifestation, die gerade abklingt, auch krass. Anthea verursacht 30% mehr Schaden, aber Red erleidet 15%. Naja, also eher dann das hier. Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr verursachen 50% mehr Schaden, aber Körpertreffer mit dem Gewehr verursachen 30% weniger Schaden. Wenn ein Angriff erfolgreich pariert wird, erleidest du durch den nächsten Angriff 90% weniger Schaden. Jo, okay. Wenn du an, zu anthea gewechselt wird, verursacht die nächste Manifestation 20% mehr Schaden. Jo, absolut nice. Die Abklingzeit von Spektralexplosion wird für jeden, ähm, oh, von Spektralexplosion getroffenen Gegner um 10% verringert. Auch nicht schlecht. Dann hier das mit dem Gewehrschlag, das hatten wir ja schon gesehen. Manifestationen kosten 30% weniger Geister, Punkt, aber Red erleidet 15% mehr Schaden. Was ist die, der, oh hier, was die Alternative, Phantomsatz hinterlässt, ein Wirkungsbereich, der Spektralschaden verursacht. Finde ich dann persönlich irgendwie geiler. Wenn ein Angriff erfolgreich pariert wird, werden 10% der Lebenspunkte wiederhergestellt. Jo, warum nicht? Wenn ein Gegner mit dem Gewehr besiegt wird, verursacht der nächste Gewehrschuss 50% mehr Schaden. Hm, dann eher das, weil das braucht man öfter in irgendwelchen Herausforderungen. Wenn ich da gerade einen Gegner kille, wenn ich da so eine Gewehrherausforderung habe, kille einen Gegner und kann dann wieder ballern. Du erhältst 30% mehr Geisterpunkte, aber 30% weniger Lebenspunkte. Nö, was ist die Alternative? Du erleidest 25% weniger Schaden, wenn ein Gegner von Einfangen betroffen ist. Die Dauer von Einfangen wird um 2, oh, das ist ja nicht schlecht. Die maximale Anzahl von Sudladungen wird um 2 erhöht, aber die Abklingzeiten von Manifestationen werden um 30% erhöht. Naja. Und perfekter Wechsel, also finde ich beides nicht so geil. Und was ist hier jetzt? Nach einem Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr werden 15 Geisterpunkte wiederhergestellt. Red verursacht 20% mehr Schaden, aber erleidet auch mehr Schaden. Wenn Einfangen bei voller Bannanzeige verwendet wird, verursacht 1.400% mehr Schaden. Aber es werden, ja gut, okay, da kann man halt auch mit Einfangen dann Bannischen halt. Je niedriger die Geisteranzeige, desto weniger Schaden erleidet Red. Hm, jo, das ist, denke ich mal, auch nicht schlecht. So, was können wir dann skillen? Komm, wir holen irgendwas mit. Wenn Red getroffen wird, jo, das holen wir. Also, hab ich schon geskillt. Ne, hab ich geskillt, ne? Genau, und dann kann ich hier nicht weitermachen. Dann kann ich nur noch hier weitermachen, um dann eventuell sowas freizuschalten. Ne, gut, okay. Dann ist es für mich jetzt nicht so prickelnd. Was war das? Ja, da mach ich lieber sowas. Nach einem Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr werden 15 Geisterpunkte wiederhergestellt. Dann lieber sowas. Statt hier nochmal so ein Wenn-Dann-Ding. Und hier geht leider noch nix, ne? Gut, alles klar. Haben wir das auch mal gesehen. Inventar, kann ich da was upgraden? Kann ich irgendwas machen, dass das Gewehr schneller nachlädt? So, was hab ich denn jetzt für ein Gewehr drin? Das da, ja genau, das ist halt super krass. Hm, nee. Nee. Gab's das nicht irgendwo als Skill oder sowas? Kann sein, dass es irgendwo im Skillbaum steckt. Muss ich mir vielleicht mal nochmal angucken. Ähm, wenn irgendwie, ich glaub, wenn ich mit Antean Gegner töte oder irgendwie perfekt wechsle oder sowas. Keine Ahnung. Was weiß ich. So. Oder ich muss einfach besser sein. So, jetzt sind hier verschiedene neue Quests aufgetaucht, ne? Hier im alten Lager in den Ecken und so weiter. Ja, wo wir dann zu verschiedenen Sachen auch geschickt werden und so. Ähm, hm, 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 nö. Wir machen in der Story weiter. Ähm, geht zum Fort Jericho. Da müssen wir hier hin. Reisen wir mal dorthin. Da ist auch ein Fragezeichen auf dem Weg. Ja, wir machen jetzt einfach so weiter. Dann kriegen wir, glaub ich, noch so einen Skill, der uns irgendwie verschwimmen lässt oder sowas. Damit kann ich vielleicht durch das Spektralnetz durch. Das hab ich mal gesehen. In so einem Thumbnail oder irgendwo. Oder, keine Ahnung. Irgendwo wurde mir das angezeigt. Oder in den Erfolgen von wegen, ihr müsst verschwimmen oder irgendein Scheiß. Keine Ahnung. Da wird auf jeden Fall wahrscheinlich noch was kommen. So. Und jetzt markieren wir dieses Fragezeichen und brettern dann weiter nach oben. So ist es. Fort Jericho, wir kommen. Glaub ich. Denk ich. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie auch immer. Ja, es könnte sein, dass man vielleicht hier am Anfang echt nicht weiterkommt. Aber ja, das ist jetzt alles Spekulation Ich weiß es nicht, ob man zuerst hätte in den Norden hier gehen können Zum Forcher Rico, ja oder nein Ob das Gespräch so oder so jetzt getriggert werden würde Wie auch immer, bla bla So, was geht denn hier ab? Äh, was? Irgendwo hier unten soll was sein Ah, hier komme ich dann runter, oder was? Genau So ist es Dann schauen wir doch mal So, schauen wir uns hier mal um Leider habe ich jetzt keinen Kompass Aber ja, wir gucken uns einfach mal um Gucken, was abgeht Was? Gesperrt? Also muss ich vorher Oh, ne Muss ich vorher dieses komische Nest da finden, oder was? Ist das jetzt hier oben? Wahrscheinlich, ne? Verdammter Nebel Ja, da bleibt doch drin Bleib eingepackt Mein Freund Da ist das Ding Kaputt Ja, also ich sehe jetzt nicht den riesen Grund drin So, fang den mal ein Und dann verkloppen wir, ne? Ah, das ist natürlich auch geil Einfangen und dann die leichten Hiebe machen Weil wir dann generell ja Sag ich mal, ähm Also die können sich gar nicht zur Wehr setzen Und wir steigern unseren Schaden Noch über die normalen kleinen Hiebe Das ist natürlich krass, ne? Hier, bedien dich So, Tschüssikowski Ganz easy, ne? Gar kein Problem Ja, ich sehe jetzt keinen Grund drin Da alle möglichen Nebenquests noch nachzuholen Klar, macht Sinn Es gibt ja wie gesagt auch noch ein Secret Ending Könnte sein, dass das damit zu tun hat Wenn man alle Sachen gemacht hat oder sowas Oder wenn man sich immer irgendwie richtig In Anführungszeichen entschieden hat Also es gäbe mehrere Möglichkeiten Wenn man immer böse oder negativ Ähm, böse oder positiv gehandelt hat All diese Dinge sind möglich Die dann dazu führen Da ein Secret Ending zu machen Und wie gesagt, dass man alle Nebenquests macht Und dann können wir natürlich ausgillen Das ist mir soweit schon klar Aber im Moment sehe ich da keinen Bedarf Wir sind eigentlich schon ordentlich drüber Und jo, passt so So, bin ich jetzt hier irgendwie falsch gerannt? Oder was geht ab? So, der schickt mich ja wo ganz anders hin Ich gucke mal gerade auf die Karte Achso, ich hätte müssen da oben irgendwie nach links Gut, kann sein, dass ich das vorher nicht gekonnt hätte Wegen dem Nebel da oder sowas Keine Ahnung So, wo schickt er mich denn hin? Ah, jetzt hier rüber, genau Und jetzt hier nach links Und da ist ein Nest oder was? Jo Vielleicht ein endloses Mal gucken Diese Leichenteile schreien förmlich Beschwört mich Easy Machen wir locker Aber zuerst sammle ich noch die Sachen hier ein Und hol mir nochmal plus eins auf alle Werte Wie gesagt, das haben wir jetzt auch schon so oft gemacht Das geht klar Ich hoffe mal, dass das stimmt Jo, stimmt Wunderbar Ich hätte es natürlich jetzt auch nochmal auf der Karte schauen können Und da hinten können wir noch was wegballern Müssen wir gleich dran denken Der verzweifelte Dichter Da ist er Der Wolf Der Dichter Wolf So, hier Ich würde dich gern einfangen, mein Freund Einfangen Dann randaschen Und dann schnellen Schaden machen Oh, okay Und dann jetzt hier den machen Ja, und die Skills werden jetzt immer krasser Also jeden Skillpunkt, den wir jetzt nochmal weiter investieren können Da werden wir noch krasser Da geht es ja richtig ab Und ich fühle mich jetzt schon auf dem Schwierigkeitsgrad hier Schon ordentlich OP Dann noch mit dem plus eins auf alle Werte noch Was wir weiter abkassieren Dann haben wir ja Gott sei Dank schon ein paar dieser Dinge da Schon ordentlich weit nach oben getrieben So, dass wir da auch schon relativ fit sind Ja, uns hier noch gegen heilen und so, ne Geht schon klar Ah, jetzt wollte ich mal parryen Klappt natürlich wunderbar, wie ihr seht So, jetzt machen wir den hier Ich habe oben den Schützen mal wieder gesehen Aber die nerven mich halt immer So, hier den da Einfangen Ah, das ist schon ein krasser Skill Und dann gibt es sogar noch einen Schadensbonus Seht ihr das? Wir machen mal richtig krassen Damage Ist natürlich krass So, hier Geister rausprügeln Geister wegmachen Achso, hier Es gibt natürlich nochmal eine Herausforderung Mehr Schaden, wenn Anthea weniger Geisterpunkte hat Okay, habe ich natürlich wieder voll drauf geachtet Wie ihr mich kennt So, Elite-Juwel abkassiert Wunderbar Ist sogar noch recht wichtig, glaube ich Weil das konnten wir bis jetzt, glaube ich, nicht farmen So, wunderbar War doch mega erfolgreich Dann sind wir wieder ein Stück vorangekommen In dieser Folge In der nächsten Folge machen wir dann auf dem Hauptweg weiter Richtung Fort Cherico Und jo, ich freue mich drauf Wünsche euch einen schönen Tag Und wir sehen uns in der nächsten Folge Haut rein Bis dann Ciao